Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Cain. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mir so sein, wie früher. Es begann alles genau hier. Wo auch sonst. Das heißt New York. Die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Das ist das Schicksal. Das ist das Schicksal. Das ist das Schicksal. Musik